Hi Leute, heute macht euch das Video für meinen YouTube-Kanal. Ich habe euch ja gesagt, das Video, was Info hieß, dass ich irgendein Game spielen werde. Aber es muss ja nicht unbedingt Call of Duty sein. Ich sage euch mal, was ich spiele. Und zwar, das Spiel heißt, was ich diese Folge spielen werde. Pixel Gun 3D. Okay, jetzt gehen wir rein. Das ist glaube ich die neue Map oder so. Ich habe das jahrelang nicht mehr gespielt. So ein Jahr, zwei Jahre. Deswegen, wir haben 10 Euro fürs Game ausgegeben. Also für die Sachen, Zusatzsachen. Ja und die Einnahme Battle Royale. Battle Royale habe ich noch nie gespielt. Lass mal Battle Royale einmal spielen. So einmal. Wir haben mal so geil Battle Royale. Oder Nico? Ich will auch was sehen. Und Leute, mein Freund der Nico, der ist auch mit dabei. Das ist ein Atom... Das hört man, ne? Da kommt eine Atombombe. Rechts oben gibt's eine Atomombe. Und da sitzt jemand drauf. Ich sprich mal ab. Und jetzt geh ich noch mal rein. Nein, nein, nein. Nicht fest ans Spiel. Kleine... Inzie... 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 Im Modul, im Arsenal kannst du das Aussehen deiner Figur ändern. Deine Rüstung aufwerten und die Stärke deiner Waffe erhöhen. Nein. Okay. So lange, bis der alte Erzähler keine Lüften hatte, die mir angestellt werden müsse. 1.000 Jahre später. So lange, bis der alte Erzähler gestorben ist. Ja, ich bin ganz... Hallo! Soll ich einfach auf dieses Cringe-Ding gehen? Mhm. Wui! Ja, wer sind die Folgen hier alle? Oh, yay. Ich geh zu diesem Teil, okay? Ja, da hinten ist irgendwas. Nee, ich geh zu diesem... Ist das Bett? Ja, ja. Ja, wenn der da hingeht, geh ich... Hier hin. Der Typ, der bei mir gelandet ist, hat ne Waffe. Was? Das muss ich so spielen? Hä? Äh, da ist einer gewesen, Leute. Ich darf nur run. Ich geh jetzt einfach hoch. Egal, egal. Egal auf alles. Ja, ich will doch mit Kinderfreundlich sein. Hier ist ne goldene Truhe. Okay, ich hab die beste Waffe im Schiff. Denkst du bei diesem UFO-Ding ist was? Nee. Was hieß das? Okay, willst du dich drehen oder noch? Oh Gott, der ist stärker! Denktlich bekomm eine Waffe, wenn ich ihn getötet habe. Ich hab den getötet! Ist das jetzt online? Ich hab keine Waffe von dem bekommen. Ich hab den auch easy peasy getötet. Oh, hier liegt eine Waffe. Was ist das? Das ist ein Gift Spray Dingens. Jetzt hab ich eine Sniper. Kannst du gut snipen? Wie komm ich jetzt von diesem Schiff wieder weg? Oh, was war das? Hä? Was ist mit dir passiert? Du bist niedergestreckt. Hä? Hä? Du hast niedergestreckt. Eigentlich ist nichts passiert, oder? Ich bin eigentlich einfach so gestorben, oder? Du bist einfach so niedergestreckt, oder? Du bist irgendwie ein bisschen gestorben. Ich glaube jemand hat echt gehackt, oder? Ja. Aber diese Map ist voll gut. Da war doch gar keiner, oder? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Fäden. Wetter Royale. Gewinne ohne Schäden aus der Gefahrenruhe. Oh, ich weiß wieso ich gestorben bin. Ich glaube ich war in der Zaunserin die ganze Zeit. Falsch. Ich wollte zu diesem Metcalf laufen. Ich hatte so gutes Loot, ne? Ich geh wieder dort hin, wo ich letzte Runde hingegangen bin. Zu diesem Leuchtturm. Hä? Mein Fuß ist irgendwo. Okay. Mein Fuß wird gerade aufgefressen. Oh, ich habe eine Waffentruhe von hier hinten gesehen. Was ist da drinne? Nichts. Spareal Talk, da ist nichts drin gewesen. Hä? Hä? Du hast es reingelegt. Okay, alles klar. Ich habe auch keinen Jetpack in dem Modus. Ja, diesmal ist hier keine. Nein! Nein! Aber vergess nicht die Zone. Die Zone hat abgenommen, was? Nee, der hat mich nicht mal angeschossen. Nee, Alter, ich lande diese Runde. Ich lande jetzt woanders, okay? Okay, Leute, das hat irgendwie voll scheiße. Der Bräuern. Ich glaube, wenn es noch weiter so geht, dann wechsle ich nicht zu Call of Duty oder Roblox. War jetzt echt abpacken. Für diese fünf Spiele mit einer Tegner mit einer Waffe der Kategorie. Spezial. Ja. Ja. Habe ich auch. Ich habe das erste Spiele mit lassen. Nein. Ja, ich bin schon ganz an der Seite. Du brauchst auch an der Seite. Okay, kämpf, meine Hunde. Kämpf. Ich bin schon nicht. Hä? 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 Wie bin ich gestorgen? Hä? Ich spiele mit dem Ding so ein Buchstück. Ja, warte. Das war grad scheiße. Hä? Wie bist du gestorben? Ja, keine Ahnung. Ich bin genau, wenn es war ein Bug, oder? Und dann. Ich spiele. Verkacke dann. Wechsle dich echt mal. Das Game. Oder den Modus. Bei Pixel dann ist volles cooles Spiel. Ja. Ich heiße SCP-682. Also 682. Was ist denn denn SCP-682? Hast du ein Tic-Tac-Toe auf deinem Arm gespielt? Ja. Deine Ahnung ist es dann nicht so schön. Okay. Ich kämpfe, meine Hunde. Ich weiß nicht. Ich war dort einfach lang in der Stadt. So wie der Ufo ist nicht? Mhm. Ich sterbe auch mit der Abschiede, dass ich sie wieder schocken. Okay, jetzt sterbe ich nicht. Instant. Ist es, oder? Instant. Ist es, oder? Also ein Konoptiert ist der Beste, der wir haben. Das ist schon krasser. Hä? Was hab ich mich erschreckt? Da ist nichts. Doch, da ist was. Was ist dieses Viereck? Da geh ich mal nicht rein. Hi. Was? Oh, das sind Leichensäcke. Hä? Hier ist eine Truhe drin. Kappen Molotow. Steht da 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ja? Fast so viel Mut. Ich hab irgendeine richtig... Warte. 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 Nein, nein, nein. Die stimmen auf. Nein, Papa. Das musst du dann gleich machen. Okay, Volke. Okay, Volke. Der sicheren Zone. Da ist einer. Da steck ich hin. Ich hab mich in die Zone... Fast in die Zone reinteleportet. Okay, ich bin in der Zone. Oh, der ist von meinem Team. Der hat mir eine Waffe gegeben. Ehre. Was ist das für eine? Aber ich schwör, Leute, der ist so kompetent. Hier ist Lückenfahrzeug. Nein, der freut dich. Ja, der will... Der will... Warte. 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 Schmack. Warte. 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 Nein! Ja! Warte. Das ist's. Warte. Bete Royale. Das ist online. Ich weiß, aber du hast doch nicht auf, oder? Doch. Warte, ich nehme mal die Waffe, die er mir gegeben hat. Ich habe... Wir haben zusammen jemanden getötet. Okay, ich würde am besten mal mit ihm gehen. Ab in den Urlaub. Ja, komm, steig ein, steig ein, steig ein. Wir fahren nicht weg. Gut. Aber Achtung! Okay, wir müssen ganz schnell weg. Ich habe nur noch 20 HP. Ich gehe dieses Ding rein. Das ist ja weg. Oh, ich bin eben nicht hier. Da hinten, da unten ist Mad Kid. Mad Kiddy. Ich habe wieder 100 Leben. Du hast gehofft. Nee, weil ich dieses Ding genutzt habe. Guck mal. In der Zone, verreckt gefasst, nur mal. Und viele von ihnen. Okay, ich würde am besten Gefahren tun. Nähert sich. Bitts gegangen mit 3D. Okay, ich schlafe hier nach. Hör mal auf, mein Fuß. Wenn ich hier noch einen sehe, ich höre erst mal eine Bombe in der Augen. Was ist die Hölle? Warum hast du in der Hand krank? Hinter mir sind Schüsse. Oh, der Typ, der mir auf Ehre geholfen hat, ist, glaube ich, gefreckt. Nein. Da hinten. Ich verstecke mich erst mal. Ich verstecke mich. Geh nach oben. Warum nicht? Fixgang 3D. Fixgang 3D. 4D. Ja. Fixgang 3D. 4D. Was? Fixgang 3D. 4D. Was denn? Ein Fisch. Oh, hi. Ich habe mir eine Bombe in der Augen geschmackt. Ist das nicht der Ehrenmann von dir? Oh, der ist mit Tiefen zu reden. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich mit Tiefen zu reden. Wo kann man das? Was haben wir denn? Ist man auf der, der so nett zu dir war? Ich habe ihn aber nicht getötet. Nein. Ja, okay. Das war los. Wechsel auf oben. Warum schiebst du mir eigentlich keine Anfrage? Ja, weil ich es noch nicht machen kann. Ja. Ja, aber Leute. Trotzdem. Ein scheiß Versuch war es wert, mit diesen Schack-Scheiß-Hackern zu spielen. Ja, Hauptsache ein bisschen gute Sachen. Ja, Hauptsache irgendwas, was mich tröstet. Ah, Herausforderung beendet. Okay, lass normal spielen, okay? Ja, aber... Fünf Minuten. Eine Minute. Ja, aber... Ja, wenn du aufhörst, bricht das ab. Meine Aufnahme. Ja, auf diesem Map spielen die ganzen Pros auf der... Oh Gott! Wie habe ich das U-Map ausgewählt? Ich habe nur auf das Ding gedrückt, ne? Ding. Da du dich drauf... Okay, ich werde sowas aus der Karten machen. Und dann ausmachen. Ich werde sowas aus der Karten machen. Okay, das bin ich. Nein, ich habe ja meine neue Waffe noch nicht ausgemacht. Ich habe ja auch keine Waffe noch nicht ausgemacht. Ich habe ja keine Waffe noch nicht ausgemacht. Junge, ich schneide. Das war schöne Bummen an den Bummen. So, da ist sie. Also, guck mal, das ist viel geiler als bei 3 Jahren. Ich glaube, es bleibt der Stirn. Jetzt nicht. Das war ich. Ich fliege jetzt so. Was? Ich habe alle dazu, noch nicht zu müssen. Das ist auch ein Hitspick. Hm? Der Hinten ist nicht gut, was er ist nicht? Spass mich hier im Studio. Wast es? Aaaaaaah, ich hab das Eins! Der hat mich gerade so getriggert, ne, als er so scheiße gerade, Raketenwerfer. Der ist selbst ins Wasser gespielt. Nein. Ha, der wollte meinen Teamkollegen erschießen. Fun. Das bringt nichts. Lass mal gleich das hier spielen. Und, äh, zu Blocks. Hatte mir keine aus. Tja, du musst mich senden. Wieso? Weil du nicht weißt, wie man es annimmt. Weißt du nicht? Ich weiß nicht, wie man es annimmt. Ich weiß nicht. Ich bin voll dumm. Ich habe meine ganzen Belohnungen nicht mal eingesammelt. Jetzt habe ich da bestimmt eine Million Sachen. Na, guck mal. Hey, ich weiß, wie man es annimmt. Guck, wenn man eine Anfrage hat, dann geht man auf Anfragen. Dann geht man auf. Da gibt es einmal ignorieren. Ich habe zehn. Da muss man einmal ignorieren und annehmen. Und dann muss man einfach mal auf annehmen. Ja, okay. Dann weiß es jeder. Dann ist mal... Ich habe gerade so viele neue Waffen bekommen. Ja, okay. Die Waffe ist OP. Okay. Warte, warte. Und das ist nicht. Nein. Ich muss eine Versprechen. Ja, warum? Ich will das schon gerade reißen. Ein, zwei, drei. Leute, warte. Ich will das nicht machen. Leute, ich werde jetzt jede Sekunde die Folge beenden. Aber bevor ich die noch beende, will ich noch eine Sache kaufen. Dann probieren wir mal mit der neuen Waffe, mit meinen neuen Waffen, eine Runde klassischer Pool. Ja, du heißt die Web, Nico, auch zu lachen. Jetzt hier neue Waffen. Start ich. Klassischer Pool. So. Ja. Oh, weil ein bisschen Pool ist der Klassische. Und das Geil auf den Ägypten und die sind. Und... Mama, bin ab. Papa, da. Tschüss, Leute. Das war's mit dem Video. Papa, wenn die dann einfach nicht fahren sollen, dann gib mir. Dann gib sie. Nein. Papa, da. Du musst oben, ich steh'n drücken. Papa, die...